WDR mediagroup GmbH Gefährlichste Gang in ganz Rio de Janeiro Ich bin verknallt in dich Doch ihre Zeit ging schnell zu Ende Locke ist jetzt hier der Boss, du Wichser C.P. Kane, genannt Locke, wollte schon immer der Boss in unserem Viertel sein Winé wollte eher das Leben genießen Wir kreilen uns den Dope-Laden von Sinoda, okay? Was du brauchst ist, ist eine Freundinlocke Heute ist Zahltag, Leute! Wir wollen das Geld von eurem Boss Weg da! Hey! Du musst dich mit uns zusammentun, sonst bist du erledigt Man, ich mach damit Und wie Geil, langsam krieg ich richtig Spaß da Die Stadt Gottes kam in die Schlagzeilen Sie haben einfach meine Fotos gedruckt Die werden mich töten, deswegen kapiert Mal langsam, wie ist dein Name? Ey, wie heißt du? Wie heißt du, mein Freund? C.P. Wow, und Angelika Ich war so scharf darauf, von ihr vernascht zu werden Du,'s Café, schieß ein Foto! Scheiße, die Bullen! Scheiße, wo kommen die so schnell, Herrmann? Bring uns noch mehr solche Fotos Wir kaufen sie dir alle ab Wohin soll ich dir schießen?